servus leute kurzes video nur weil mir gerade was aufgefallen ist ich weiß definitiv dass mir leute private nachrichten geschrieben haben also pms beziehungsweise pns ich weiß aber auch dass viele sachen bei mir nicht angekommen sind bzw in letzter zeit ist gar nichts angekommen ich habe noch mal versucht auf die seite zuzugreifen dann sagt mir mittlerweile youtube ich darf nicht mehr oder kann nicht mehr warum auch immer also youtube ist mal wieder ein ganz großes a loch ich würde mal bitten nicht dass da schon irgendjemand sich jetzt geärgert hat kommentiert mal unten drunter wenn einer von euch der mini pn geschrieben hat und hat keine antwort bekommen und ich beantworte grundsätzlich jede pn einfach unten im kommentar kurz was reinschreiben vielleicht auch noch worum es ging dass ich da noch mal nachhaken kann bzw noch mal nachschauen kann ich kann mittlerweile auch nicht auf den spam ordner zugreifen youtube schmeißt ja grundsätzlich erstmal alle pns in den spam ordner warum auch immer einfach unten mal rein tackern wenn ihr mir irgendwas geschrieben habt dass ich da noch mal genauer schauen kann ob ich da irgendwas finde das war schon bisschen blödes video tut mir leid aber ich wollte es einfach mal kurz von mir geben ich denke mal ihr werdet sicherlich das ein oder andere probleme auch schon mal gehabt haben also sage ich wie immer vielen dank fürs zuschauen eventuell bis zum nächsten mal genießt noch den schönen rest sonntag bei uns ist herrliches wetter und ciao